In diesem Video zeige ich euch ein bisschen die Gegend hier in Transkarpazien, Villatino. Das ist ein Thermalkurort hier in den Transkarpaten. Keine Ahnung, was das für Vögel sind. Sieht aus wie eine Schwalbenart, aber eine riesige Schwalbenart. Das ist ein Thermalkurort. Das ist ein Thermalkurort. Das ist ein Thermalkurort. Und je näher man der Zivilisation kommt, desto häufiger ist es dann auch, Müll anzutreffen. Da trifft man dann auch auf solche Müllkippen. Schade, da kann man als einzelner Mensch nicht viel tun, als immer wieder darauf hinweisen und selber ein gutes Vorbild sein. Die Landschaft ist einfach so schön, die Natur einfach viel unbevölkerter. Und das muss man doch nicht durch Müll und Umweltverschmutzung machen. Hier ist Ungarn. Hier ist Rust, wo ich jetzt wohne. Hier war ich eben bei der Rundumsicht, etwa hier irgendwo. Das heißt, wenn ich dort weiter über den Berg gegangen wäre, wäre ich direkt nach Rumänien gekommen. Und jetzt, wie gesagt, bin ich hier in Vigliatino in den thermalen Bädern, fast an der rumänischen Grenze, die genau hier auf dem Kamm lang geht. kam an der Vigliatino in diesem Buch. Vielen Dank.